Hallihallo und willkommen bei Swiss Sim Racing Games. Heute gibt es eine kurze Project Cars Folge. Ich gehe in die Community Events. Ich bin hier gestern das Thanksgiving Derby gefahren mit dem Cadillac GT3 auf der Road America Strecke. Nun ist das Event abgelaufen und ich habe mich auf dem 29. Platz mit einer 207887 platziert und zeige euch nun eine Zeit. Viel Spass! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020